Bianca Herrmann und ihre Tochter Taya kommen bereits seit zwölf Jahren ins Hamburger Kinderhospiz Sternenbrücke. Taya ist 18 Jahre alt und hat das Aikadi-Syndrom, eine extrem seltene Krankheit, von der es weltweit nur etwa 300 Fälle gibt. Das Syndrom bedeutet in Tayas Fall, dass sie eine neurologische Entwicklungsstörung hat und mit schwerer Epilepsie leben muss. Sie ist geistig und körperlich stark eingeschränkt und sitzt im Rollstuhl. Und die Krankheit ist nicht heilbar. Dieses Warum wir, das hatte ich jetzt so nicht. Also das war klar, okay, das ist so und wir nehmen das jetzt so und machen das Beste draus. Das hat uns auch immer all die Jahre wieder vorangetrieben. In der Sternenbrücke werden Kinder und Jugendliche, die wie Taya eine lebensverkürzende Krankheit haben, zusammen mit ihren Familien entlastet und oft über Jahre unterstützt. Denn anders als in Erwachsenen-Hospizen werden Kinder hier ab dem Zeitpunkt der Diagnose begleitet. Also nicht erst in den letzten Wochen ihres Lebens. Inzwischen fahren wir nicht mehr einfach so mit Taya im Urlaub, weil sie ja eine Beatmung nachts braucht. Und das ist hier dann immer nur noch unsere Auszeit. Das ist für Außenstehende öfters makaber gewesen. Wenn es dann hieß, auf Arbeit und wo fahrt dein Urlaub hin, ja wir fahren ins Kinderhospiz, dann war immer erstmal so Ruhe im Karton. Die Arbeit der Sternenbrücke umfasst eine Menge Bereiche. Neben den verschiedenen Therapieangeboten für die erkrankten Kinder, einem Ärzteteam und den verschiedenen Begleitangeboten für die Eltern, ist eine große Säule im Hospiz das Angebot für die Geschwisterkinder. Wir wollen sie einfach in den Mittelpunkt stellen. In der Familiensituation, in der sich eben auch die Geschwister befinden, ist es so, dass man immer oft an die erkrankten Kinder denkt. Dann an die Eltern, dann lange an nichts. Und dass sie eben auch betroffen sind. Dieses ganze neue Leben bringt ganz viel mit sich, wo sie einfach auch mitschwingen müssen. Das Gefühl, dass das Familienleben bestimmt wird von der Krankheit des Geschwisterkindes, kennt auch Heddon. Er ist Tayas Bruder und kommt regelmäßig mit in die Sternenbrücke. Taya braucht immer viele Sachen. Und wenn Taya krank wird, das ist manchmal schon richtig heftig. Dann machen sich halt alle bei uns Sorgen. Und sowas müssen wir, glaube ich, ohne behinderte Schwester jetzt nicht machen. Aber das ist jetzt auch nicht richtig schlimm, ist nur manchmal schon mal ein bisschen blöd. Das Kinder- und Jugendhospiz Sternenbrücke ist für alle ein besonderer Ort. Ein lebendiger, freudiger Ort, obwohl es hier immer auch ums Sterben geht.